Heyo Leute, herzlich willkommen zu der neuen Runde Black Ops 3 Bot Match. Dieses Mal spiele ich mal eine Runde Suchen und Zerstören mit Bots auf Fringe. Hab mir auch eine ganz spezielle Klasse für euch rausgesucht, und zwar diese hier. So, hoho, jetzt wird's hier richtig gut. Nicht. Aber ich hab Bowie im Team und Arrasmith. Allerdings sind die Gegner Stein. Und wir haben schon einen Gegner weg, das ist schon mal gut. Oh, oh. Nein! Will der andere nicht mal die Bombe planten, so langsam? Mr. Fight, planten sie die Bombe. Da wo Ziel steht, da muss die Bombe hin. Den merke ich mir vor, der wird abgemurkst. Jetzt aber, Bombe. Blenden. Ja, bezaubernd. Oh, Gott sei Dank, er hat's hinbekommen, das fühlt sich so gut an. Du läufst in die falsche Richtung. Die Diffusen jetzt. Jetzt weiß ich auch wieder, warum man mit Bots keine taktischen Spielmodi spielt. Wuhu. Da war einer am Entschärfen, oder was? Ne, sehen wir jetzt nochmal in der Replay, ob er schon entschärft hat. Ja, er wollte es, aber dann kam die Bombe. Und go. Jawohl. Hat der schon gelegt? Oh, toll. Nur, weil der andere vorbeigelaufen ist. Achtung, jetzt zeigt er uns seine Skills. Aber natürlich. So muss das sein. Genau so spielen Botze. So, ich warte hier. Ich warte hier. Ja. Ja. Drohne. Das war quasi voll professionell geschossen. Genau in den Arsch. Wir haben noch einen gegen fünf. Bowie owned jetzt. Jawohl, einen hat er. Ich spiele jetzt hier mal dramatische Musik ein, damit Bowie ein bisschen angestachelt wird. Der carried das scheiß Team, ey. So, ich hab die Bombe. Dann gehen wir erstmal wieder an die Startposition. Jawohl. Gut, dann plant ich für die Punkte. Aber vier Gegner sind noch da. Also eigentlich müssen die hier irgendwo sein. Tschüss. Lauf. Ich muss zur Bombe. Die wird schon defused. Nein, wird sie nicht. Alter, was macht der da oben? Nein! Oh Gott. Wo schießt du hin? Gewinnen wir jetzt weiter die Bombe entschärft. Tatsache. Das war ein Tolles Finale. Aber gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoff ihr hattet Spaß. Bis demnächst. Ciao.